Asexual Awareness Week vom 19. bis zum 25. Oktober und ich dachte mir, ich mach mal ein Video dazu. Falls ihr euch jetzt fragt, was das überhaupt ist, also Asexualität, verlinke ich einfach Links in der Infobox und wollte irgendwann auch selber ein Video dazu nennen. Das kommt dann irgendwann. Was ich eigentlich sagen will, ich hab mich vor einem Jahr schon mal auf meiner Webseite öffentlich geoutet, aber noch nie in visueller Form, deswegen mach ich das jetzt hier. Ich bin Asexual. Ähm, genau. In diesem Sinn. Kuchen. Guten Appetit. Mhm. Geil. Tschau. Mhm. Mhm. Mhm.